Ja, hi Jungs, herzlich willkommen zurück bei Quantum Game Nights. Hallo, oder auch so, oder auch so, Hi, Marcel, da ist es, das kann ich vielleicht nicht mehr. Ist das dumm, Alter, ich kriege da irgendwas dran. Ich stelle mir gerade mal den Ball, ja, das sitzt, wie das reinzieht und versteht, was zum Teufel haben die geraucht, Alter. Was nehmen wir denn jetzt, nehmen wir das Asylum? Asylum. Das Asylum? Nee. Ich kann Asylum. Asylum? Ja, mach mal die Willow Street. Die Willow Street. Ich kriege das auch mit meinen Nachbarn safe, ey. Alter, ich kriege das safe auch von meinen Nachbarn, es ist Donnerstag. Oh mein Gott, was ist geschehen? Hoffentlich komm rein und ich seh so ne Kaka-Zombiefresse von Dennis, Alter. Richtig. Was ist passiert? Das sagt meine Mutter auch immer zu mir. Hästige Zombie-Fresse. Jungs, mach mal ein Foto, mach mal ein Foto, warte. Jungs, mach mal ein Foto, wie ich mit ihm den Geist bin. Ich vlogge doch gerade, ich nehm auf. Du musst die bis zur Seite noch. Du musst die bis zur Seite. Wir haben uns einbefunden in meinem eigenen bescheidenen Haus. Ich habe sie eingeladen mit meinem Freund Herbert. Hallo Herbert, sei den Gästen, der du bekommst. Hallo. Du hast mich verhört, du hast mich da liegen, Alter. Das ist tief, ne? Du hast das letztes Mal das Konto umgeplatzt. Hä, was ist das für ne Riechtänder? Gebt uns ein Zeichen. Wo ist hier die Sicherung? Wie heißt sie denn überhaupt? Geil. Der Keller ist tief. Ist ja auch kein Gericht, der Keller. Wie heißt der denn überhaupt? Bist du hier? Immer wieder witzig. Ja. Wie alt bist du? 26. Sag mal, kann man ihm mal sagen, wie die heißt? Bist du ein Zimp? Nein. Nur der Schatten von da an. Bist du hier? Wie alt bist du? Also sie hat eben auf jeden Fall die Dusche angemacht. Also ich hab erstmal eine Kamera hier reingestellt. Schwene. Jo, okay. Wenn eine Kamera im Badezimmer geht, immer klar. Ein Schwan, viele Schwänse. Was? Was? Ey, ich denk mir manchmal so echt so warm rum. Alter. Spielst du gern Basketball? Ja. 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 Was? I wanna play with your boards. I wanna play with your boards. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Hast du Hobbys? Nein. Dass du keine hast, weiß ich. Wie alt bist du? 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 Gib mir immer ein Zeitraum. Scheiße. Die steht ja vor mir. Gutes Lappi. Also vier, ich hab EMF vier. Ich hab EMF vier. Fingerabdrücke. Ich hab jetzt als Badezimmer ein Buch noch reingelegt. Was möchtest du? Wuh! Leck mich am Arsch. Das Leuchtmittel ist kaputt gegangen. Ist die Lampe gerade kaputt gegangen? Ja, ja ist kapott Wo bist du? Wo bist du? Karin Garcia, wo bist du? Was willst du? Das war einer von euch der geflitten Ah! Nein verdammt Achso warte Sag mal cheese Hat Geisterbox also auf Geisterbox reagiert? Bisschen nicht Ha ne, das hat mir jetzt Ich hab schon mit dir geredet Wie alt bist du? Ihr wisst schon wie die Geisterbox Ihr wisst schon wie die Geisterbox ist im Dunkeln und alleine meistens Es ist am effektivsten Ich hasse all' Ich sagte im Dunkeln, warum hast du denn die Geisterbox? Alleine und im Dunkeln Bist du hier? Bist du hier? Hier ist das Lass mal gehen Lass verstecken, ja, ja, komm Wie alt bist du? Cool, das wird gut Wir verstecken, wir verstecken uns Wir verstecken uns hier hinten Wir verstecken uns hier Ja, okay Mach Licht aus, mach Licht aus Klappt nicht Klappt nicht Du darfst ihn aber nicht angucken, wie er in einer scheiß Taschen hat mit dir in der Brust, dass die Leuchtung so mega hell Ey, wo seid ihr? Seht ihr nicht? So blöd könnt ihr doch nicht sein, oder? Seht ihr nicht? Seht ihr nicht? Seht ihr nicht? Das kommt, das war mega gut, Mann Ey, ich hab euch sofort gefunden, ich höre euch durch zwei Wände Wie alt bist du? Alter, tschüss, alter, ich will hier weg Die steht immer noch hier Oh Jungs Jaja, Sanity ist richtig im Keller Wir haben aktuell nur einen Hinweis, Fingerabdrücke Ja, wir haben Temperatur schon geguckt Soll ich geh jetzt nochmal mit Temperaturen Eine macht nochmal Geisterbox, aber effektiv ist Ich hab grad die ganze Zeit Geister Bock Nimm Pille denn das war effektiver, als du grade spielst Aber wir suchen echt falsch, weil es vielleicht im Keller ist Jungs, so waren Knochen Oh Mann, er hat keine EMF-Ansage gemacht Wo ist denn gestorben? Hier drüben Ey, mach mal Cheese Du hast Temperatur, ne? Das heißt, ich dynamier jetzt mal hier die Dings von Russland Scheiß EMF wieder Den hab ich hier Oh 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 Scheiße. Was? Du hattest einen fucking Job, bruh. Where the fuck are you dying? Du Stück Scheiße. Du hattest einen verfickten Job gehabt, um zu fuck nochmal zu überleben. Okay, jetzt muss ich Smartplay machen. Also wir haben einen Hinweis. Ich will nicht alleine spielen. Scheiße. Ja okay, ich muss jetzt echt mal kurz smart sein. Also, Jays und Gentlemen, wir haben tote Körper. Fingerabdrücke. Wir haben einfach nur Fingerabdrücke. Haben wir Geister-Obs? So, ich guck jetzt mal ganz genau, ob da fucking Geister-Obs sind. Es kann einfach nicht sein, dass wir keine weiteren Hinweise haben. Und nicht mal um das einzugrenzen. Ist doch noch eine Pille? Nö, die haben alles weggesnackt, die Assis. Scheiße. Toll, alleine. Dankeschön. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Alter, die Geister-Boxen ist jetzt kein Stück. Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Alter hat sich... Ey, hä? Das... Normalerweise hat man hier auf diesem Gerät so ein X, ne? Und Geist so ein X. Geist sagt, er hat besprochen. X sagt, die Annahme wurde nicht angenommen. Aber der hat ja gar nix. GEMF, Digi. Der Keller macht mir Angst und mach ich zu. GEMF, Digi. GEMF, Digi. Drei, Drei, Drei. GASF, Digi. Alter, das kannst du nicht machen. Oh Scheiße, hab ich mich erschrocken. Oh fuck, damn it. Toll, gut gemacht. Du hattest einen Job. Du hattest einen Job, Nils. Ich hab mich so krass erschrocken. Warum? Ich hab mich so krass erschrocken. Aber warum? Ich geh in das scheiß Badezimmer. Ich hör auf einmal so ganz eklige Stimmen. Dass mein Licht flackert. Ich dring mich um. Das ist so ein Scheiß. Jungs, bleibt alle da stehen, wo ihr seid. Und guckt mich an. Und was? Und damit wünschen wir euch einen entspannten Abend, Tag. Wie auch immer. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Bis dahin, euer Quantum Game Night Team. Ach ja, vergisst nicht zu abonnieren, zu liken und wenn ihr nichts verpassen wollt, die Glocke. Haute rein. Tschüss. Junge, Junge, Junge. Ciao, ciao. Quantum Game Night Team. Quantum Game Night Team. Quantum Game Night Team. Ninjjah. X mouse wave. Vielen Dank.